Die AfD ist ein Jahr vor der Landtagswahl in Brandenburg stärkste Kraft in dem Bundesland. Laut einer Infratest-Umfrage für den Sender rbb käme die Alternative für Deutschland derzeit auf 32 Prozent. Das sind 9 Prozentpunkte mehr als im April und zugleich der höchste Wert der Partei in Brandenburg überhaupt. Die SPD käme demnach auf 20 Prozent und damit auf zwei Prozentpunkte weniger als im April. Die CDU bekäme 18 Prozent der Stimmen, das ist ein Minus von 5 Prozentpunkten. Die Grünen lägen bei 8 Prozent, was einem Minus von einem Prozentpunkt gleich käme.